Hallo Leute, willkommen auf diesem Kanal, ich bin Joschi und ich werde jetzt hier in Zukunft regelmäßig Vlogs hochladen. Und das auch nicht alleine, sondern mit einem ganz besonderen Wesen, darf ich vorstellen, das ist die Ritze. Ritz, Ritz, hallo, ich bin die Ritze, ja, also, ja, abonniert den Channel und sowas schon mal. Oh, nicht tun direkt Werbung, ey. Ja, kurz zur Erklärung nochmal, die Ritze ist halt, ist halt so ein Plüschtier, was man eigentlich so, hier so vor die Tür legt, damit da halt keine Kälte durchkommt. Doch bei uns ist es leider mehr geworden. Ritz, genau, ich bin nämlich so, ich bin halt eine Tiger Ritze und deswegen nennt man mich halt Abkürzung gemacht Ritze. Ich werde Joschi auch oft pranken und so, ich eskaliere auch gerne und wir machen jetzt zusammen diesen Channel Ritze. Ich hoffe, euch gefällt es, wenn ja, könnt ihr abonnieren und die Vlogs, die jetzt bald kommen, angucken. Wenn nicht, dann halt nicht. Gut erklärt, Ritze. Also Leute, wenn ihr die Vlogs feiert, die bald kommen, abonniert es, wenn nicht, dann nicht. Und, ja, der erste Vlog wird es wahrscheinlich bald online kommen. Ihr könnt ihn dann angucken. Viel Spaß damit.